Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück nach dieser langen Pause zu Alice Madness Returns bzw. Mal Kaffee im Wunderland. Kapitel 4. Zynismus ist eine Krankheit, aber eine heilbare. Nimm dich drin in Acht vor dem übergroßen Killer, der dort patrouilliert. Greife nicht an, er ist unbesiegbar, meint der weiße König. Wir haben 0 von 4 Rosenrot angemalt, was ich ein bisschen schade finde. Radulachäume. Ach, wir haben schon einen gefunden. Ah, okay, ja, ich habe bloß einen übersehen. Gefundene Erinnerung, Leute, von 17 Schnauzengipfeffer, 2 fehlen uns noch, 8 Flaschen fehlen uns noch und ein paar Beißerchen. So, schauen wir doch erstmal in die Waffen rein. Uns fehlt wirklich nur noch die Pfeffermühle, das Steckenpferd und die T-Kanone. Schreibt man Kanone? Kanone. Schreibt man Kanone nicht mit einem? Fällt mir gerade so ein? Ach, egal. So, lang ist es her, lang ist es her. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier pausiert habe, aber endlich geht es weiter mit der Herzallerliebsten. Und ich muss mich erstmal hier wieder reinfriemeln. Wow. Okay. Ähm, was muss ich... Huch. So, okay, schon besser. Hi. Hop. Ah, ah. Leertaste war springen. Und... sterben. Aber ich dachte, ich könnte zweimal... Oh. Für die königlichen Waren dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Oh. Okay. Hopp. Hi. 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 Und jetzt haben wir es geschafft. Stimmt, Alice trägt... Nein, der Scharfrichter. Schon wieder. Oder? Oh, oh. Das ist ja... Elite! Au. Phew. So, ich wechsle mal auf die T-Kanone. Und... Feuer frei! Wow. Feuer frei! Ah, ich glaub, da bräuchte ich da ein Steckenpferd. Und... Oh, ah. Scheiße. Au. Scheiße, ich bin fast tot. Gottverdammt, der Scharfrichter. Jetzt kommen auch noch die Hainis. Nein. Oh, Gott. Oh. Was ist jetzt schon wieder? Achtung, Schüsse aus der Pfeffermühle können vom bedrohlichen Verfall zurückgelenkt werden. Ja, das weiß ich ja. Ich bin fast tot. Eine Flasche. Schön. Und was gibt es hier? Stimmt. Oh. Es ist wirklich lange her, dass ich das gespielt hab. Einmal... Ne. Hier war schrumpfen, oder? Wo... Wo im Himmels Willen war schrumpfen? Hä? Ach, STRG war schrump... Oh, Gott. Ich hab's wirklich seit langem nicht mal... T-Kanone und... Uhrenbombe und Flasche. Ah, okay. Hab verstanden. So. Nein. Hm. Ah, jetzt versteh ich das. Ah. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab mich eher konzentriert mit der T-Kanone, jetzt hier voll einen drauf zu bollern. Hey. Nein. Nein. Ich bin immer noch insgeheim froh, dass es hier unendlich viele Leben gibt. Gott sei Dank. So. Jetzt erscheint hier die Ohr. Bombe. Hopp. So. Zielmodus. Und los pfeffern. Phew. Wunderbar. So. Hopp. Hopp. Und hopp. Hopp. Und... Boah. Hoppa. Das war knapp. So. Ui. Das sieht mir böse aus. Ah. Hier geht's weiter. Oder? Erstmal schrumpfen. Weil wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe... Bääää. Sind die Schweineschnauzen... ...ab hier... ...oder schon länger unsichtbar? Phew. So. Hier die zwei Zähne. Ähä. Perfekt. So. Und? Super. 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 Reila. Nehme ich mal stecken Pferd. Ups. Wie? Nein! Ei, ei, ei. Ja, kriegst ein Tee. So. Wunderbar. Und Lebensenergie. Ach, schön. So. Wir haben jetzt zwei Wege zur Auswahl. Oh. Da geh ich erstmal rechts. Rechts gibt's eine Alice Little Erinnerung. Oh. Gott sei Dank. Eine Schrumpflilie. So. Das nutze ich jetzt erstmal aus, um die Energie komplett voll zu füllen. So. Mittlerweile sind wir ja bei Part 51 oder sogar Part 52. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hab über einen Monat nicht mehr Let's Blade. Oder... Nein! Nein! Äh. Äh. Nein. Gott. Verdammt. Ich hab doch aufschrumpfen. Ich riskier's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Heula. Gut, die nächste Schrumpflilie. So. Ich hab ja wie gesagt über einen Monat nicht mehr Let's Blade. Es ist ein bisschen schwer für mich hier rein zu kommen. Aber ich krieg da schon irgendwie hin. So. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Ja, eigentlich gar nichts. Ja. Ich will nur meine Lebensenergie, ein bisschen Zeit schänden, um an die Erinnerung heranzukommen. So. Perfekt. So. So. Wunderbar. Jawohl, ja. Und Erinnerung nehmen. Hilf uns, Alice. Rette uns, Alice. Lass uns nicht allein, Alice. Lass uns nicht zurück, Alice. Bleib bei uns. Oh. Ich glaub, das war wegen dem einen Brand. Und. Opsa. Gut. Man sieht's ja so ganz grob, aber wenn man schrumpft, sieht man's ja noch besser. Ei. 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 Und. Ich will mal's testen. Nein. Ah, scheiße. Hopp. Und. Hops. Gibt es hier sonst doch was? Momentan nicht. Hey. Hops. Oh. Oh. Dann einmal hier durch. Ich weiß jetzt nicht, hoffentlich bin ich mehr oder weniger auf dem falschen Weg. Nein. Wunderbar. Einmal ist der Wüstling mir in die Darmentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Ja. Welcher Wüstling? So. Noch ein paar Goldbeißerchen mehr. Wunderbar. Warte mal. Ich muss glaub hier lang, oder? Ne. Von da bin ich ja gekommen. Geh' ich hier mal weiter? Hä? Oder bin ich jetzt doch woanders? Oh. Oh. Ich bin ja doch woanders. Upsala. Okay. Ich glaub da gibt's irgendwie ne Kette. So. So. Ah. Kette ziehen. Ich hoffe jetzt bloß, dass das nicht so ein zeitlicher Scheißdreck ist. Hopsa. Hopsa. Hopp. Ach nein. Das war das, oder? So. Hier drauf. Phew. So. Ja. Super. Dann hopp. Dann. Hi. Hier und hier. Oh. Scheiße. Ich glaub, ich weiß, was zu tun ist. Aber das ist ja hundsgemein und schwierig. Nein! Und tschüss. Oh, leck. Das wird was. Was mir überhaupt nichts bringt. Ja, grandios. Ich glaub, ich glaub, ich muss nämlich da hoch und dann da weiter. Ja. Ne. Das geht nicht. Hm. Och, ich bin doch blöd. Ich hab ne Idee. Mal sehen, ob's funktioniert. So. So. Ja! Oh, ja. Perfekt. Perfekt. Mal. Beißerchen hier. Und da geht Alice mal wieder. Och. Komm. Geh sterben. Wo bin ich hier? Ah, cool. Da ist ein Checkpoint. Mehr oder weniger gesetzt. Das ist schön. So. So. Don't bet. Hoi. Oops. Sehr schön. Vielen Dank.